Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Tja, wir müssen heute noch mal eingehen auf das, was da gestern im Bundestag passiert ist. Die Abgeordneten haben mit großer Mehrheit, die Details müssen wir hier ja nicht noch mal wiedergeben, die Kandidatin der AfD, Mariana Harder-Kühnel, zur Wahl zur Bundestagsvizepräsidentin abgelehnt. Das ist das dritte Mal passiert. Und wenn man den ersten Kandidaten, den die AfD aufgestellt hat, im vergangenen Jahr dazu zählt, dann sind jetzt sechs Anläufe gescheitert. Das macht man mit einer Partei, die man verteufelt. Eine Partei, die bei der letzten Bundestagswahl sechs Millionen Stimmen auf sich gezogen hat, Zweitstimmen. Darunter mindestens zwei Drittel von Wählern, die vorher bei den etablierten bürgerlichen Parteien waren. Also getürmte Wähler, die dort weggegangen sind, weil miserable Politik gemacht wird. Und jetzt straft man die AfD und die Wähler dafür ab und schadet auch dem Ansehen des Bundestages. Und heute lesen wir unglaublich viele Kommentare und Selbstbeweihräucherungen von Abgeordneten in den sozialen Kanälen, die sagen, dass sie da den, ich sag's jetzt mal so, den Teufel verhindert haben, der als Eichhörnchen getarnt ins oberste Gremium des Bundestages einziehen wollte. Wie gesagt, so spaltet man eine Gesellschaft, heizt die politische Debatte weiter an. Es geht ja immerhin um die größte Oppositionspartei im Bundestag. Man wirft demokratische Prinzipien über den Haufen, man fügt dem Bundestag Schaden zu und man erhebt die Moral über die Politik. Und wenn man das macht, das beobachten wir ja öfter, das habe ich hier auch schon gelegentlich in diesem TV-Kanal thematisiert, dann ist Beliebigkeit angesagt und dann ist auch die Willkür nur noch um die Ecke. So, und jetzt gucken wir uns mal ein paar andere Reaktionen noch an. Zum Beispiel der angesehene Anwalt Markus Roscher-Meinl, der auch auf Twitter sehr aktiv ist, der schreibt zu dem Ergebnis gestern klare Absage an Fairness und demokratische Prinzipien. Wer hier Antidemokrat ist, dürfte nunmehr klar sein, nämlich weite Teile von SPD, Linke, Grüne und auch der CDU. Und das will ich an diesem Punkt auch noch anmerken, wenn man mal zurückgeht in die ersten Jahre der Grünen. Da waren unglaublich viele von den grünen Abgeordneten auch noch auf Listen des Verfassungsschutzes oder waren das in den Jahren zuvor gewesen. Und die Linken, die sich auch besonders moralisch erregt gestern gezeigt haben oder aufgeregt, die sind immerhin Mitglieder einer Partei, die aus politischen Verbrechern in der DDR hervorgegangen ist. So, weitere Reaktion, junge Freiheit gestern. Die etablierten Parteien haben dem Ansehen des Bundestages mit der Verweigerungshaltung gegenüber der AfD-Kandidatin Mariana Harder-Kühnel Schaden zugefügt. Nächste Reaktion, jetzt muss ich kurz blättern, Entschuldigung. Neue Zürcher Zeitung, das ist jetzt wieder mal eine Stimme aus dem Ausland, da wird klar gesagt, der Trotz regiert im Deutschen Bundestag. So kann man das durchaus sehen. Und selbst in der Welt hier, also auch Mainstream-Zeitungen, Ausgrenzung im Namen der Moral. Dazu habe ich ja schon etwas gesagt. Und selbst im Vorfeld dieses dritten Wahlgangs für Frau Harder-Kühnel gab es ja auch positive Stimmen in den Mainstream-Medien. Der Tagesspiegel hatte geschrieben, Harder-Kühnel muss man aushalten. Mariana Harder-Kühnel ist wählbar, immerhin. So, und dann noch ein Zitat aus dem Spiegel. So wird man die nicht los. Das hat der Spiegel gestern so kommentiert und hat die Wahl oder das Wahlergebnis bezeichnet als verständlich, aber unklug. Also unklug ist es in höchstem Maße, wenn man wenige Wochen vor der Wahl des neuen EU-Parlamentes so eine Entscheidung trifft und die Wahlstimmung derart anheizt und weiter spaltet und damit sich so taktisch dämlich erweist, dass man der Partei, die man so dämonisiert, dann auch noch hilft. So, und jetzt zu der Bemerkung verständlich im Spiegel. Da muss ich noch ein Tweet zitieren, das ich gestern auch gesehen habe von einem Teilnehmer. Harder-Kühnel, nicht wählbar. Das ist jetzt sehr ironisch, was kommt, bringt es aber unglaublich gut auf den Punkt. Mutter, drei Kinder, Christin, abgeschlossenes Studium Rechtswissenschaften, Wirtschaftsprüferin, Erfahrung im Berufsleben, nicht pädophil, keine Skandale, untadelige Familie, keine Stasi-Vergangenheit, sag ich doch für Bundestagsvize, unwillbare Personen. Dem muss man nichts mehr hinzufügen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017